Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Red Dead Redemption, den ersten Teil. Ja, wir sind hier, wir haben hier gespeichert in der letzten Folge und jetzt geht es darum, dass wir noch mal ein paar Aufträge haben. Ich gehe mal auf der Karte gucken, was haben wir denn aktuell noch? Wir haben hier zwei Liederpunkte, wir haben einmal den Marshall, wir haben einmal den Irish, wir haben einmal den Nickel und Bonnie haben wir nun dann gar nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dass wir mal wieder so Marshall fahren könnten eigentlich, oder in der Fahnsage schon reiten könnten. Fahren, im Western, ja, genau. So, ähm, wo ist denn mein Pferd? Warst du schon hier Stiften? Immer dieses Pferd, es geht immer Stiften. So, komm jetzt, mein Pferdchen. So, komm jetzt, komm jetzt! So, im letzten mit. So, komm jetzt! Let's go. Let's go. Let's go. Come on. ja red dead redemption folge 18 müsste das jetzt sein ich werde für die woche auf jeden fall schon mal jetzt heute abend am montag um 22 3 folge 18 19 aufnehmen ich habe ja in dem info video was ja heute aktuell auch rauskommt schon erwähnt dass ich natürlich also ich habe heute noch ein info video was heute rauskommt um 16 14 da hatte ich schon mal erwähnt was zum aktuellen produktionsrückstand von videos dementsprechend bin ich da jetzt gerade am aufnehmen wie ein weltmeister gefühlt ihr geht mir auf den sack ja also wie gesagt ich habe ein produktionsrückstand von videos deswegen bin ich hier gerade am aufnehmen diese weltmeister aber das wird ja auch noch genau in den info videos oder in dem info video hören ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du kannst ruhig schlafen, ich gesell mich nur zu dir. So, ähm, gut. Dann würde ich sagen, ähm, war es das erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Gerne auf Feedback zum Spiel oder allgemein. Ähm, und dann, ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Bis dahin.